Bittere Niederlage für die Wasserfreundin Spandau. Im zweiten Spiel der Best of Five Serie unterliegen sie den Dauerrivalen von Basco 98 Hannover mit 9 zu 11. Ein herber Rückschlag im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Ich würde sagen, wir hatten relativ viele Probleme im Angriff. Wir haben nicht so viele Tore schießen können und ein paar vermeidbare Tore in der Verteidigung bekommen und somit ist das Spiel ein bisschen aus den Händen geglitten. Nach der 9 zu 12 Niederlage im ersten Spiel am vergangenen Mittwoch ist bereits vor Beginn der Partie klar, ein Sieg muss her. Dimitri Hollot macht mit seinem Treffer zum 2 zu 1 vom Fünfmeterpunkt die erste Führung für die Spandauer klar. Es bleibt lange Zeit eine Partie auf Augenhöhe, bis die Hannoveraner zu Beginn des dritten Viertels mit vier Toren in Führung gehen. Philipp Kubisch trifft zum 7 zu 3 und bringt somit die frühe Vorentscheidung. Das war eine Monsterleistung hier heute. Die Arme werden von Spiel zu Spiel schwerer und ich glaube, dass wir heute ab der Halbzeit ganz klar dominiert haben. Ratlose Gesichter auf der Spandauer Bank. Doch obwohl sie einige Zeit sogar mit fünf Toren zurückliegen, kommen sie noch einmal zurück. Marin Restovic netzte im Endstand von 9 zu 11, das Spiel für die Spandauer verloren, die Meisterschaft aber noch lange nicht. Jetzt ist morgen noch das Ziel, das Spiel zu gewinnen und dann natürlich das Spiel in Hannover auch zu gewinnen und zu Hause auch zu gewinnen und dann werden wir noch Meister. Alles noch möglich. Einfach wird es allerdings nicht. Bereits morgen geht es mit dem nächsten Spiel weiter. Dann wird sich zeigen, ob die Hannoveraner endgültig übeln dürfen oder ob die Spandauer ihnen nochmal einen Strich durch die Rechnung machen.